Ja, bin ein Auto weg. Möglichst weit weg. Das war natürlich jetzt gerade Fail gewesen. Kompletter Fail. Naja, muss auch mal sein. Hoffen wir nicht, dass der Zombie uns jetzt sieht. Das wäre nervig. Komm. So. Auffüllen. Trinken. Nochmal auffüllen. Nochmal trinken. Auch wenn das schon gereicht hätte. Nochmal auffüllen. Full. Full. Und auffüllen, ne? Ja. Haha, es geht voran. So, wo bist du, Zombie? Ach, der geht bahn. Okay, ja, dann lassen wir ihn. Wenn er bahn will, dann lassen wir ihn bahn. Da will ich ihn ja gar nicht stören. Ich glaube, er kommt. Rennen wir lieber. So, dann brauche ich eigentlich nur noch Essen. Kann ich schon wieder Skills? Sneaky Bag. Okay. Machen wir nochmal Outdoors. Kommt er? Nein, kommt er noch nicht. Äh, haben wir irgendwas zum Essen. Außer die kranken Karotten. Ne, irgendwie nicht wirklich, ne? Mist. Ist natürlich jetzt nicht ganz so schön. Im schlimmsten Fall müssen wir die Karotten essen. Hilft alles nichts. Aber erst mal gucken. Vielleicht finden wir auch so noch was zu essen. Na, wir Sachsen. Volles Auto. Müssen wir es nur noch heil behalten. Nee, nee. Kann man rufen? Nein. Schade. Yo, da fahren wir jetzt durch die Gegend. Wie wir cruisen. Durch die Straßen. Durch die City. Lüsen. Keine Ahnung, wie das Lied geht. Aber ist mir auch völlig Banane. Tschüss. Obwohl dadurch geht das Auto kaputt. Können wir ein bisschen aufpassen. Und solange ich noch nicht ganz sicher weiß, wie man ein Auto repariert, äh, nicht so gerne. Tschüss. War nicht in der Stadt noch essen? Okay, da sind aber schon wieder Zombies. Nein, ihr macht mein Auto nicht kaputt. Ihr macht es nicht kaputt. Danke. Gut, äh, ich glaube, da war der Weg in unsere Stadt richtig. Ich hoffe mal. 91% nur noch. Das geht aber auch echt schnell. Nee, das war nicht unsere Stadt. Herzlichen Glückwunsch. Was? War da jemand? Wie? Ich habe keinen gesehen. Ja, der wusste ich jetzt schon. Der wird überfahren, wenn er jetzt Richtung uns läuft. Deswegen ist er ganz schnell ausgewichen. Wow. Ich hoffe, ihr könnt mich aber echt gut verstehen, weil das Mikro ist gerade echt weit weg, weil mein Hetz ja schon wieder rutscht. Aber ich habe jetzt auch keine Lust eben, ja, das zu ändern sozusagen, weil wir hier gerade so schön fahren. Okay, sind wir in der Stadt. Jetzt haben wir natürlich einen Haufen Zombies wieder am Hals. Oh. 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 gut ist mir das hier kürzt futtern ich habe das gefühl schon zombie und equipt ein können wir essen zwei möchte ich gerne ins crafting fenster schmeißen und diese equipen damit wir aber sieht schon genau ein bisschen was anpflanzen können so sieht's aus man ich will die waffe haben wir haben so viel munition macht sicher mega spaß essen essen wie die adrenalin spitze oh crafting fenster aha guck mal was wir nämlich noch anpflanzen können und so und so aha unser essen wird langsam auch mehr so unclaim claim müsste eigentlich claim seine ich hoffe es mal was ist denn da jetzt ein schoolbag war davor schon da ne ne ich bin verwirrt schon wieder verwirrt mich doch nicht andauernd leute was soll das kann ich hier aufheben nein als wir müssen uns am wasser gleich noch mal eben aufpumpen road flare yellow schien okay hier sind wieder andere sachen net lassen wir mal alles liegen erstmals irgendeine waffe eine waffe komm das ist ein gefängnis oh man nee aber zombies ne wow wollte nicht gleich beim ersten mal sterben so ein arsch aber der wenigstens der ist nett so gehen wir mal einmal kurz auf die dogs vielleicht finden wir da was können wir auch mal kurz trinken schon mal und haben die achs bereits macht der mehr platz ich weiß es nicht müsste mal ausprobieren da ist nicht nichts besonderes gerade was wir brauchen später eventuell okay okay eine pickaxe wollen wir die pickaxe nehmen wir haben ja keinen platz können wir vielleicht von irgendwie die kommenten ja dann können wir uns nämlich entgiften aber nicht so das was wir jetzt gerade brauchen na gut lassen wir die erstmal da liegen geht kaputt geht nicht kann man die jetzt eigentlich kaputt machen das würde mich jetzt echt interessieren und nö anscheinend nicht so jetzt will ich das aber mal eben ausprobieren warte mal du kurz droppen du nehmen ne ne äh kurze krippen uuuuuh cool und wieder nehmen hammer guck mal was da unten leuchtet das finde ich cool oh ich liebe diese leuchtsticks flares ok da ist eine can wollen wir das eben ausprobieren ich weiß nicht so wann wir drop probieren wir das mal eben aus wie viele plätze haben wir hier wir haben ok ne 4 8 12 16 so equipped was haben wir wow 4 8 warte mal 4 8 12 16 20 20 ja das war ein guter deal ich hab ne Angst du kannst hier bleiben da können wir die pickaxe ja doch mitnehmen pickaxe ich komm zurück ich will dich haben ich will ein kind von dir nein bin ich eigentlich nicht aber egal es ist dunkel aber wir haben ja eine taschenlampe zumindest das aber es ist dunkel ja da unten ist eine flair die leuchtet richtig schön hm 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 ok jetzt könnte man nochmal die anderen häuser durchsuchen aber ich glaube das lassen wir und wir verlassen die Stadt wieder so tschüss rückwärtsgang toll kann man ja gar nicht sehen ok wir haben aufmerksam gemacht herzlichen Glückwunsch so noch einer nein finde ich gut versuchen wir mal da irgendwie rein zu biegen dann können wir nämlich gleich vorwärts fahren ha ich kann meinen führerschein ich kann meinen führerschein ich kann meinen führerschein doch nicht machen ich wollte gerade sagen ich kann meinen führerschein machen ich kann ihn doch nicht machen Okay, ich sag nichts mehr. Wir haben die Wasserflasche nicht vollgefüllt, ne? Eigentlich heißt das jetzt mal zurück, aber ich fahr jetzt mal nicht zurück. Wir füllen die gleich auf in der nächsten Stadt. Oder Dorf, oder was wir auch immer finden. Da, ich hab irgendwas überfahren. Okay, das ist eine Farm. Ja, wir können aber kurz auf der Farm gucken. Aber hier ist kein Wasser. Das ist natürlich schon mal... Bäh. Was ist denn da? Und ein Spike Trap. Nehm ich mit. Noch mehr! Jetzt will ich aber die Waffe haben. So. Ach, wir haben ja schon eine Pickaxe. Drop. Wir sind schon wieder fast full. Wir sind schon wieder fast voll. Das kann doch nicht wahr sein. So. Pfeile. Hm. Kann ich jetzt nicht so ganz gebrauchen. Ist hier eine Waffe drin, komm. Bauern haben immer eine Waffe. Pickaxe. Oh Gott. Also.